Großbritannien, das Reich von dem gerade gekrönten King Charles, nachdem die Queen vor einer Woche von uns gegangen ist. Dazu gehören England, Schottland, Nordirland und Wales. Hier hat es uns dreieinhalb Wochen her verschlagen und das wollen wir euch zeigen. Die ersten zwei Tage haben wir uns in London umgeschaut und euch die Stadt über unseren Instagram-Kanal gezeigt. Falls ihr den noch nicht kennt, folgt uns doch gerne mal. In diesem Vlog starten wir also an Tag 3, dem Tag nach der Großstadt. Und was stand da auf dem Plan? Natürlich, Busklarschiff machen. Ihr glaubt nicht, wie schnell der Van unordentlich und dreckig wird. Alle zwei bis drei Tage versuchen wir immer grundlegend Klarschiff zu machen. Meistens tanken wir übrigens auch alle zwei bis drei Tage neues Frischwasser und lassen unser Abwasser ab. Oft fällt all das an einem Tag an und wenn es richtig gut läuft, gehen wir dann auch noch mal duschen. Beim Bau des Vans haben wir nur eine Außendusche eingeplant und die ist Anfang September in England schon ein Wagnis. Und dann ging es endlich los. Rein in die engen Gassen von England, immer an der Ostküste hoch bis nach Schottland. Für Anton können die Straßen übrigens gar nicht schmal genug sein. Er liebt es den Van durch fast aussichtslose Gassen zu buxieren und ich verliere dabei regelmäßig die Nerven, weil ich denke, dass wir gleich eine Seitenwand weniger haben. Falls ihr mehr über unsere Reise erfahren wollt, schaut doch gern mal auf unserem Blog vorbei. Da verraten wir euch unter anderem, was uns dreieinhalb Wochen Urlaub in Großbritannien gekostet haben, wie viele Kilometer wir geschrubbt haben und wie viel Geld dabei eigentlich für Lebensmittel draufging. Außerdem machen wir für euch einen Supermarktvergleich, damit ihr wisst, für was ihr in England und Schottland wie viel zahlt und wie es sich dabei im Vergleich zu Deutschland verhält. Und so ging unser erster richtiger Reisetag dann auch langsam zu Ende. Wir haben noch einen wunderschönen Stellplatz neben einer von Heidekraut bewachsenen Schafweide gefunden und dort den Abend ausklingen lassen. Nicht wissend, was uns am nächsten Morgen erwarten würde. Ihr habt es gesehen. Bei uns gab es Wildpferde zum Frühstück. Kleiner Scherz. Weiter ging es für uns dann über englische Landstraßen auf der Jagd nach einer Toilette. Dabei sind wir fündig geworden und haben zusätzlich noch ein altes Schloss entdeckt. Wir sind gerade beim Pickering Castle in Pickering, falls ich es richtig ausspreche. Und von hier aus haben wir noch gute 30 Minuten gleich, bis wir an die Küste kommen. Und da gibt es einen der besten Fisch-and-Chip-Shops in England. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich richtig Bock, weil wir eigentlich wollten uns das Schloss angucken und das kostet jetzt wohl doch Eintritt. Deshalb haben wir beschlossen, wir fahren dann direkt zum Essen. Wie ihr sehen könnt, fahren die Pommes nicht mehr weit. Aber dann haben wir doch noch einen kleinen Abstecher über die Küstendörfer auf dem Weg gemacht. Gerade an Tagen, an denen wir keine expliziten Wanderungen oder andere bewegungsreichen Ziele haben, fahren wir gerne mehr kreuz und quer und steigen aus, wo wir es schön finden. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine klare Reiseroute, wenn ihr unterwegs seid oder lasst ihr euch lieber treiben? Schreibt es uns in die Kommentare. Und meine Kondition ist es aktuell nicht sonderlich gut bestellt. Aber keine Sorge, im Laufe des Urlaubs arbeite ich dran. Trotzdem bin ich sehr froh, dass wir für die schönen Übersichtsshots eine Drohne haben und dafür nicht auf den nächsten Berg klettern müssen. Eigentlich wollten wir auf direktem Stop zu einem der besten Fischenschutzflächen fahren, aber sind noch an der Urban Hoods Bay angehalten. Es ist ein super schönes kleines Fischerdörfchen, ursprünglich sogar, mit so ganz engen, verschnörkelten Gässchen. Und da ist einmal runter gespaziert, haben wir keine Drohnenausnahmen gemacht. Und jetzt geht es aber tatsächlich wirklich ohne weiteren Stoff direkt zum Fischenschutzflächen an, denn sollen wir in 15 Minuten direkt erreichen. Das heißt, wir sehen jetzt zu, dass schon die Pötte kommen, weil ich aber richtig ruhe. Ihr seht es! Oder besser, ihr seht es nicht! Unsere erste Portion Fisch und Chips haben wir nur auf Instagram verewigt. Sorry dafür! Dafür entschuldigen wir uns mit ein paar wunderschönen Aufnahmen des Hogsmeade Bahnhofs aus Harry Potter, der uns ganz zufällig über den Weg gefahren ist. Doppelgeistflächen Musik 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 Wir waren zu so einem ganz coolen Wasserfall. Beziehungsweise sah der auf Bildern cool aus. Es hat jetzt hier einige Tage nicht geregnet. Deswegen mal schauen, ob das so cool wird. Aber der soll wohl relativ spektakulär sein. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe auch ein bisschen gehofft, dass er reinfällt und ich das für euch festhalten kann Ich fühle mich jetzt schon so viel nasser als du wärst, wenn du über die Brücke genommen hast Man hört die Schadenfreude in meiner Stimme Ich muss ihm hier aber zugute halten, hat er schon ziemlich gut gemacht Zehn Punkte für die Balance Abzug in der B-Note für die Stabilität der Brücke Und dann war es soweit Die letzten Steine wurden gelegt Ein letztes Mal beschritt er sein Meisterwerk Und ha, er schaffte es tatsächlich trockenen Fußes ans andere Ufer Ja, ich ziehe mir gleich die Schuhe aus Nicht ganz ernst Du sollst hier rüber an? Nee, auf gar keinen Fall Falls ihr euch fragt, wie oft ich ins Wasser gefallen bin Die Antwort ist ja 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 Damit sind wir auch am Ende unseres ersten Vlogs angekommen Wir hoffen, es hat euch gefallen Da dies unser erster Vlog jemals war, freuen wir uns über euer Feedback in den Kommentaren Ansonsten wird ein zweites Video unseres dreiwöchigen Abenteuers folgen, in dem euch Anton mit der Drohne Halbschottland zeigt Bis dahin wünschen wir euch frohe Fahrt in euer nächstes Abenteuer Bis dahin wünschen wir euch, 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 bis dahin wüns